Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Star-Investor Warren Buffett hat sich in seiner Rede auf der virtuellen Jahreshauptversammlung der Investmentfirma Berkshire Hathaway insgesamt optimistisch gezeigt. Das berichtet das Manager-Magazin. Die Wirtschaft laufe genau jetzt zu 85 Prozent im höchsten Gang. Die amerikanische Wirtschaft sei durch die geldpolitischen Anreize und die Stimulierung der Federal Reserve und des US-Kongresses außergewöhnlich effektiv wiederbelebt worden. Sie laufe viel besser, als er selbst zu Beginn der Corona-Pandemie vorausgesagt habe. Buffett beklagte jedoch den Zustrom unerfahrener Investoren und sogenannter Zweckgesellschaften, kurz SPAC, am US-Aktienmarkt, die die Märkte wie Casinos erscheinen ließen. Das habe es der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway erschwert, seine Bargeldbestände in Höhe von 145,4 Milliarden Dollar zum Einsatz zu bringen. Berkshire Hathaway hatte kürzlich einen kräftigen Gewinnanstieg um 20 Prozent auf etwa 7 Milliarden Dollar für das erste Quartal 2021 bekannt gegeben. Trading-Apps hätten eine Vielzahl von Menschen angezogen, die sich vor allem auf kurzfristige Preisveränderungen von Aktien konzentrieren und Spekulationen am Aktienmarkt wie einen Casino-Besuch oder wie ein Spiel begriffen. Das sei nicht illegal und auch nicht unmoralisch, so Buffett, aber auf solche Leute könne man keine Gesellschaft gründen. Möglicherweise biete eine kurzfristige Spekulation am Aktienmarkt immer noch etwas höhere Gewinnchancen als ein Casino-Besuch. Allerdings würden eine Menge Menschen dauerhaft bessere Renditen erzielen, wenn sie Anteile an soliden Unternehmen kauften und diese Anteile auch hielten. Buffetts Kompagnon Charlie Munger wurde deutlicher und nahm in seiner Kritik vor allem die Speks ins Visier. Das Prinzip sei grundfalsch. Eine Special Purpose Acquisition Company, kurz SPAC, ist ein Akquisitionszweckunternehmen bzw. eine Mantelgesellschaft, die zunächst Kapital über einen Börsengang einsammelt, um dieses in einem zweiten Schritt in die Übernahme eines vorher nicht bestimmten Unternehmens zu investieren. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal.